Aber wir haben natürlich, ihn haben wir nicht vergessen, sondern er steht da drüben und das aus einem ganz guten Grund. Denn bevor wir jetzt hier gleich richtig abfeiern, müssen wir ja noch ein bisschen Stimmungsmusik haben. Werner Böhm alias Gottlieb Wenderhals ist da und eins hat er uns zu Anfang versprochen, dass wir sie noch zu hören bekommen. Und ich glaube, wir werden sie nicht nur hören, wir werden sie leben und erleben. Ihnen einen wunderschönen Dank, dass Sie dabei waren. Kommen Sie alle gut nach Hause. Und jetzt gibt es mit Werner Böhm Gottlieb Wenderhals die Polonaise Blankenese. Viel Vergnügen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Lass jucken, Werner. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.